Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tanks to Wrath of Heaven Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir Prinzessin Kiku gesucht, in diesem Dorf-Level Und ja, es gibt eine Kleinigkeit zu sagen, und zwar, der hat das letzte Mal irgendwie nicht abgespeichert gehabt Und deshalb, ja, jetzt hier von vorne das Level Und jo, genau, dann würde ich sagen, nehme ich mir mal hier die Items mit Einmal hier die nützlichen Sachen auf jeden Fall Ninja Rebirth auf jeden Fall Ein paar Heiltränke Und Rauchbomben, oder was soll ich hier mitnehmen, was haben wir denn hier noch? Eines, eine Mine haben wir Nee, 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 das brauche ich alles nicht Würde ich sagen, nehme ich noch ein paar Bomben mit Nicht so viele, zwei reichen Jo, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg in den zweiten, in das zweite Teil von dem Level Genau, rette die gefangene Prinzessin So, da sind wir ja Ja, wie gesagt, wir kommen zurück Keine Ahnung, warum der das letzte Mal nicht abgespeichert hat Das ist ein bisschen blöd gelaufen Und wir gehen ins Amagai-Schloss Jo Da sind wir doch schon wieder Und hier Kann man irgendwo rein Moment mal, Moment mal, Moment mal Was, 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 nein, 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 nein Warum wurde ich denn direkt entdeckt? Das ist doch so eine Scheiße Wirklich Ach, dann kill ihn so Ah, das ist schon wieder so ein komisches Schlosslevel hier. Oder so ein Höhlenlevel, wie ich den mal gerne nenne. Und zack. Hau ab jetzt. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht, mein Freund. Ah, hau doch ab, Mann. So. Ne, das bringt nichts. Das bringt, das bringt nichts. Oh, oh. Ah, Mann. Jetzt hör doch mal auf. Oh. Junge, Junge, ey. Das gibt's hier wohl nicht. Jetzt verkacke ich hier beim ersten Gegner schon. Jetzt verkacke ich hier beim ersten Gegner. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Alter Schwede. Ich muss direkt... Ah. Was ist das überhaupt für ein Typ, ey? Ich muss erst mal wieder reinkommen hier. Ich hab jetzt mal ein paar Tage nicht gespielt. Alter. Ja, Schlag. Wenn ich jetzt direkt sterbe, ne? Wenn ich jetzt direkt sterbe, ne? Also das wär schon... Oh, das wär übertrieben krass. So, jetzt aber... Geh verrecken. Oh, endlich, ey. Oh, was war das überhaupt für ein Ding, ey? Ah, ich hab... Ah, was hab ich denn da gemacht? Ich hab ihm ein Item geklaut und er ist zerfallen. Wie geil. Oh. Boah. Okay, das war direkt schon mal scheiße. Aber hier muss man doch irgendwie reinkommen. Ah, Moment mal. Wenn man hier nach links drückt... Wenn man hier nach links schlägt... Irgendwie dann tritt der den unten irgendwie. Keine Ahnung. Ah, hier haben wir wieder diese Lava hier. Okay, ich guck mal nochmal nach oben. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wieder bei Tingshu. Auch wenn ich hier rumfahle, aber... Und auch wenn ich mich gerade frage, wo ich denn hin soll... Moment mal. Ah, ich verstehe. Da hinten. Wenn er sich erst hier nicht festgehalten hätte, ne? Dann hätte ich geflucht. Wirklich. Ja. Moment mal. Da hinten ist ja zu. Da kann man ja nichts machen. Das ist eine kleine Karte. Das ist schon mal gut. Und ja, hier ist überall Lava. Das finde ich nicht so gut. Nein! Und natürlich... Springe ich jetzt wieder hier rein. Ey, fuck, Mann. Oh, schnell hier raus. Schnell hier raus. Schnell hier raus. Oh, Mann. Ich komme hier nicht mehr raus, wa? Moment mal. Moment mal. Ey, ich komme hier nicht raus. Fuck. Fuck. Ich komme hier nicht raus. Oh. Oh Gott. Ich muss das irgendwie jetzt. Irgendwie timen. Dass man das dann... Aber ich bin irgendwie aus der Übung, ey. Ich bin echt aus der Übung. Der... Ey, warum kommt man denn hier nicht raus? Was ist... Was soll das? Was soll das? Irgendwie muss man doch hier rauskommen. Komm raus! Oh, Gott sei Dank, ey. Mann! Also, Freunde, merkt euch... In die Lava fallen... Keine gute Idee. Okay. Äh... Ja. Bin ich da hergekommen, oder was? Moment mal. Aber was ist das denn für ein Kack hier? Moment. Da bin ich, glaube ich, hergekommen. Ja. Da hinten muss ich hin. Oder was? Ja. Hier ist irgendwo ein Gegner. Ganz nah. Frage ist, wo? Wo ist dieser Typ? Ach, so, okay. Bleib erstmal hier oben. Wo ist denn der? Die wollen mich hier verarschen, kann das sein? Ich geh gleich einfach runter, ey. Ah, hier ist eh nix. Oh! Eine Falle, okay. Ah, die kämpfen wir ja noch aus dem zweiten... Da! Okay, und lauf hin und... Oh, Gott sei Dank, ey. Ho, ho, ho. Ja, fuck. Okay, das war knapp. Egal, den haben wir. Ah, der zerfällt auch so, okay. Alter, was ist das denn hier für eine Grotte wieder, ey? Okay. Moment. Hä? Da oben. Geh hoch und lauf hin. Oh, Gott sei Dank. Boah. Das war knapp, ey. Zack. So, ja. War bis jetzt nur ein paar Mal halt entdeckt worden, aber... Ich weiß nicht, ob das halt zählt, ne? Ah, Ninja Rebirth. Dankeschön. Mein Freund. Das war sehr nett von dir. Ist da hinten noch was? Ja, hier ist auf jeden Fall 60 angezeigt. Also, irgendwas ist hier noch. Ne, da oben ist aber nix, ne? Okay. Ach ja, keine Ahnung. Wow. Oh. Oh, scheiße. Das war ja knapp, Alter. Das war einfach so eine Fallluke. Was ist das für einer? Da ist er, ein Gegner, da. Okay, und... Ah! Da ist noch eine Falle gewesen. Oh Mann, was ist das hier? Hä? Hä? Wer entdeckt mich hier noch? Wer entdeckt mich hier? Hä? Was ist mit dem los? Hä? Hä? Wer denn? Von wo? Sag mal, von wo? Ah, da hinten! Okay. Na, dann Rekimaru, dann lass dich mal nicht entdecken hier. Verlass mich jetzt nicht, ey. Mach mich jetzt nicht schwach, Rekimaru. So. Ah, nein. Nein. Ich hab den Moment verpasst. Ich Idiot. Oder? Doch, Moment mal. Der kommt ja jetzt gleich bestimmt wieder hier hin, ne? Oder was? Oder was? Ja, ja. Der kommt wieder hier hin. Okay. Alles klar. Aber der dürfte mich eigentlich nicht entdecken. Und zack! Jawoll! Da hab ich dich. Krüppel. Hier sind auch wieder so komische Gestalten. Wie im ersten Teil. Da ist der nächste... Ne, hä? Was ist das denn hier? Hier ist doch irgendein... Äh, nein, nein, nein. Nicht da rein. Da ist eine Falle. So, komm schon. Wo ist denn denn der nächste Gegner hier? Boah! Boah, fuck! Ne, da runter geh ich nicht. Weil da ist bestimmt ein Abgrund und so. Hange dich lieber so dahin. Geht nicht. Scheiße, Mann. Oh! Oh, Gott sei Dank. Okay. So, dann gehen wir hier mal hoch. Ich glaub hier oben... Ah, nein! Ah, so schnell. Ah, ich Idiot. Du gehst viel zu schnell, Alter. So, jetzt. Rück dich da oben. Und dann meuchel ich dich jetzt weg. Okay? Keine Widerrede hier. Da bist du. Du hast eine komische Maske auf. Kenne ich doch noch irgendwoher. Ja. Vor allem, was ist das für einer? Ist das ein Kind oder was? Keine Ahnung. Ah, dreh dich doch. Was? Wie geht der überhaupt? Was macht der da? Ach, das sind nur... Ah, jetzt verstehe ich das. Das sind nur Puppen. Ja, na klar. Jetzt entdeckt er mich auch noch. Geh weg. Komm. Geh weg. Ah, nein! Ich hab doch... Oh, Mensch. Ja. Und zack, zack. Oh, Junge! Was macht der? Ey, Junge. Jetzt geh doch sterben. Das sind nur Holzpuppen, okay? Ja, okay. Aber sind das dann Gegner? Ach, schaut mal. Es geht hier weiter hier oben. Oh, je, je, je. Okay. Ich wurde jetzt zweimal entdeckt oder so, ne? Oder wie oft? Egal. Ich geh mal hier lang. Ja, das war, glaube ich, sogar das Level. Ich hab mal ein Let's Play hiervon gesehen. Und dadurch hab ich mich auch entschlossen, dass, äh, ich das aufnehme. Hier war... Da war der Spieler nämlich auch hier und, ja. Ich glaube, das war das. Aber die Frage ist jetzt, äh, Moment mal. Wo kann man denn hier hin? Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade echt verwirrt. Sorry. Äh, ah, Moment. Hä? Muss ich hier irgendwas sagen bei, oder was? Nö, keine Ahnung. Ich könnte jetzt wieder runtergehen, aber... Das macht doch keinen Sinn. Warte mal. Aber wenn hier nix ist, ist ja gar nix. Hier oben ist nix, ne? Dann gehen wir wieder runter. Aber hier unten ist auch nix. Oder was? Hä? Verstehe ich nicht. Ich bin gerade extrem verwirrt. Das liegt aber auch daran, weil es hier so dunkel ist, ne? Ja, dann, keine Ahnung, geh wieder hoch. Wo muss ich hier hin? Äh, ich höre hier auf jeden Fall Leute, ja? Hier irgendwo reinkriechen oder so. Vielleicht hier reinkriechen? Nee, auch nicht. Hä? Hier reinkriechen? Nee, auch nicht. Wo muss ich hin, Leute? Wo muss ich hier hin? Irgendwie hier was kaputt machen oder so? Nee, geht auch nicht. Hä? Hä? Einen Moment, ich geh nochmal zurück. Nee, das ist... Nee. Oder was? Ey, ich verstehe das nicht. Hä? Hallo? Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen hänge. Aber... Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Ich höre hier überall diese Gegner. Nee, da oben ist nichts. Da ist nichts. Nee. Da muss ich nochmal zurück. Keine Ahnung. Sorry für die Verzögerungen hier. Aber... Oh man, da ist hier dieser Abgrund. Scheiße, ey. Ich will eigentlich nicht mich auf meinen Sprung verlassen, aber ich muss... Und... Oh, Gott sei Dank. Boah, ey. Frage ist jetzt wirklich, ne? Einen Moment, ich such nochmal gerade was. Weil irgendwie kann das nicht sein. Hä? Ich bin verwirrt, es tut mir leid. Ich wusste gleich wahrscheinlich in der Komplettlösung oder so nach. Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Keine Ahnung. Es ist ganz total verwirrend hier. Und noch wieder darüber. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, ich bin hier unten. Oh, man kann hier doch hin. Okay, ich verstehe. Aber Frage ist jetzt wirklich... Hier unten vielleicht rein oder so? Oder reinkriechen? Nee, auch nicht. Nee. Ich muss da hoch. Aber wo hier oben? Muss ich die vielleicht irgendwie zuerst kaputt machen oder so? Wieder hier hoch. Okay. Schritt für Schritt. Und jetzt? Moment mal. Ich such mal nach der Karte. Da ist doch hier... Ist hier vielleicht oben irgendwas? Nee, auch nicht. Kann ich auch knicken? Hä? Ich schneid euch mal kurz raus, Freunde. Und such mal nach dem Weg hier. Weil das ist irgendwie ein bisschen verwirrend, ja? Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Es ist ganz einfach gewesen. Diese Tür hier. Ich hab mich einfach hier an die Wand gelehnt. Und dann hat sich diese Tür rumgedreht. Ja, das musst du dann auch erstmal wissen. Ganz ehrlich. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite angekommen. Und... Genau. Der ist nämlich direkt ein Typ da. Der guckt uns direkt in die Fresse. Okay. Ja, wie gesagt. Also diesen Türentrick da... Keine Ahnung. Wie man den rauskriegen soll. Ohne irgendeine Guideline oder sowas. Weiß ich nicht. Das kann man doch nicht wissen. Dass man sich da einfach gegen die Wand lehnen muss. Jetzt mal ehrlich. Sieht der mich? Nee, der sieht mich nicht. Sehr schön. Okay. Zack. Weg mit dir, Junge. Ja, ich hab echt in einem Guide gar nachgeguckt. Es tut mir leid. Ja, hier. Diese Tür hier. Kann man sich vielleicht denken, dass da unten diese... ...diese Spuren sind. Aber... Boah. Wie man da drauf kommen soll... Also wirklich. Das ist schon ein bisschen heftig. Egal. So. Wo ist ja der nächste Gegner hier? Wo ist der nächste Gegner? Ist der da oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Oh Gott. Ich bin mal extrem mutig. Extremst mutig bin ich jetzt. Da ist er. Da ist er. Okay, sehr schön. Und er geht weg. Sehr gut. Und zack. Sehr gut. Ja. Zack. Dann haben wir den nächsten. Jawohl. Okay, dann geht's mal weiter. Boah. Scheiße, Mann. Oh Gott. Was ist denn hier? Ah, da unten ist wieder eine... ...bewegliche Tür. Und noch eine Bombe. Sehr geil. Okay. Hä? Aber hier sind doch noch Gegner überall. Moment mal. Hier laufen doch noch Gegner rum. Mit Sicherheit. Hier laufen noch Gegner rum. Hä? Aber nicht hier. Okay. Ja, dann... Äh... Dann gehen wir runter. Und... So macht man das. So. Och Gott. Ja. Äh... Diesen Trick... ...oder diese Mechanik... ...muss man doch auch jetzt mal rauskriegen. Mensch. So, hier haben wir jetzt wieder so... Hier haben wir so Gefängnistüren. Okay. Ich fühle mich nicht wohl hier unten, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, lass mich hier raus, ey. Hier ist... Ah, hier oben ist was. Sehr schön. Dann gehen wir da hoch. Ah, ein Heiltrank. Sehr schön. Okay, geil. Ah, komm schon. Ah, hier ist glaube ich nicht mehr, ne? Okay, dann gehen wir weiter. Hier in diese Tür hier. Oder auch nicht. Was? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Manchmal wollen die einfach nicht. Auch nett. Ne, manchmal löst die nicht aus. Okay. Da muss ich mir doch woanders suchen. Hä? Aber Moment, da muss ich rein können. Da muss ich rein können. Hier muss ich auf jeden Fall rein können. Hä? Oben? Oder was? Ne, hä? Keine Ahnung. Ich bin schon wieder verwirrt. Was ist das für ein... Was ist das für ein verwirrendes Level? Aber gehen wir mal hier rein. Vielleicht... Ne, hä? Hä? Sekunde mal. Ich muss mal wieder gucken hier, weil... Irgendwie... Geh mal wieder hier raus. Ne, ich komm nicht mehr raus. Okay, scheiße. Ich komm nicht mehr raus. Ah, was soll ich machen wieder hier? Ah. So, dann schauen wir mal weiter. Ah. Ne, das wollte ich jetzt nicht machen. Es wäre schön, wenn ich kämpfen könnte. Wenn ich hier rauskommen würde. Mensch. Aber irgendwie will der diese Tür jetzt nicht öffnen. Warum auch immer der jetzt diese Tür nicht öffnen will. Was haben wir denn hier noch? Nix. Okay. Äh. Oh, Mann. Ich bin... Ich häng schon wieder. Ja. Ja. Was? Äh. Ich hab aber auch keine Lust, jetzt hier wieder... Moment mal. Vielleicht irgendwo reinkriechen. Kann man hier irgendwo reinkriechen. Ne, kann man nicht. Äh. 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 Hier vielleicht... Irgendwie reinkriechen. Ne, geht auch nicht. Ne, einen Moment. Da muss ich nochmal kurz schneiden. Es tut mir leid. Ich muss nochmal gucken, wo das hier weiter geht. Also bis gleich dann, ne?